Hi Leute und willkommen zur vielleicht, wahrscheinlich letzten Folge von Cota 2. Was ist jetzt los? Diese Tür führt zu meiner Zelle. Ich hatte es vergessen. Braucht ihr etwas Zeit? Äh, Quatsch. Braucht ihr etwas aus eurer Zelle? Wenn wir die Zeit dafür opfern können, würde ich gerne meine Mitte finden. In meiner Zelle gibt es eine Meditationskammer, die ich ein letztes Mal besuchen möchte. Dann tut, was ihr tun müsst. Okay, ihre Zelle ist, glaube ich, eher so eine Suite irgendwie, oder? Unter der Oberfläche liegt die Macht. Und unter der Machtfläche liegt der Ober. Und unter der Obermacht liegt die Fläche. Wo einst eine von der Macht durchzogene Welt war, liegt nun eine trockene Einöde. Und wo nun eine von Trockenheit umgebene Einöde war, liegt nun die Macht. Und ich habe mich lange verirrt. Und bin dann auf die Reise gekommen. Was nun geschieht, geschieht nicht aus Hass oder Rache, sondern um des Lebens willen. Und ich bitte euch, mir zu vergeben. Dieser Körper ist nicht länger ein Gefängnis. Hä? Was meint sie denn mit, dieser Körper ist nicht länger ein Gefängnis? Weasers hat sich mit dem Ende ihrer Welt abgefunden und ihr Hass hat sich gelegt. Ihre Verbindung zur Macht ist dadurch stärker geworden und sie bekam einen Bonus auf ihre Machtpunkte. Cool, schätze ich. Dass unser mandalorianischer Freund Kanderas nochmal so wichtig wird auch. Also hier überhaupt mitkommt und so. Das hätte ich auch gar nicht gedacht. Aber ich frage mich wirklich, was mit den anderen Begleitern ist. Werden die jetzt einfach ignoriert. Haben sich die Entwickler jetzt dafür entschieden, dass die beiden jetzt die Hauptbegleiter sind. Und die anderen sind eigentlich wurscht. Spielen die keine große Rolle mehr. Ich weiß es nicht. Oder sterben die beiden hier. Und wir haben dann noch weitere Ziele, wo andere mitkommen. Die wiederum sterben. Sterben alle. Wir werden es rausfinden. Oh, euch haben wir ganz vergessen. Euer Chef ist übrigens tot und so. Ihr könnt eigentlich heimgehen, aber... Ich setze, ihr geht nirgendwer hin. In die Augen! Ich hab keinen Bock mehr. Der Witz wird alt. Halt die Klappe! Ich geh lieber wieder dazu, über mich drüber zu beschweren, dass die dauernd das gleiche sagen, als mitzumachen. Über mitmachen macht mehr Spaß. Das muss man schon sagen. Aber... Nee. Mehr reicht's. Mehr reicht's. Genug in die Augen. Die Augen sind voll. Die Augen haben keinen Platz mehr. Die Augen haben keinen Platz mehr. Komisch. Eigentlich suche ich nur die anderen Orte, die wir noch in die Luft sprengen müssen. Das ist eigentlich alles. Wahrscheinlich hier in dem Gebiet nicht mehr. Aber da unten... Na gut, da müssen wir noch lang gehen. Da weiß man's nicht. Ich geh jetzt erstmal den Gang entlang und ignoriere die Türen. Oh! Ich führte einfach nur in die Sackgasse. Hm, scheinbar... Das ist auch keine echte Tür. Jetzt schau ich mal hier rein. Hallo! Hallo! So, machen wir ihn noch schnell kaputt hier. Eine Fläche wird offenbar. Ich werde ihn wehren zu sehen. Elite Trooper. Eine Fläche wird... Oh! Bald werdet ihr dir schmerzen. Ich glaube, der kennt jetzt keinen Schmerz mehr. Ich glaube, der kennt gar nichts mehr. Nur noch den Tod. Drama Queen! Gebt mir eure Mad Kids. Es könnten noch harte Kämpfe auf uns warten. Da brauche ich die. Und ihr braucht sie jetzt nicht mehr. Die können euch nicht mehr retten, leider. Sorry. Ah! Die Bombenpositionen werden mir angezeigt. Ich muss in die Sackgassen reinlaufen, da. Das hätten die mir aber auch sagen können. Na, wenn man das sieht, denkt man jetzt nicht unbedingt dran. Genau. Platziert den Protonenkern, macht ihn scharf und gebt das Signal, Mandalore. Mach ich. Auch wenn ich nicht Mandalore bin, aber ist schon okay. Wir haben das Signal empfangen, Mandalore. Der Protonenkern ist aktiv. Es muss nur noch ein Protonenkern platziert werden. Wir sind auf heftigen Widerstand gestoßen. Ich weiß nicht, wie lange wir noch durchhalten. Augenblick noch, wir sind fast fertig. Wir mussten nur kurz eine Viertelstunde meditieren. Was hat denn der für eine Waffe? Wir müssen einen neuen Protonenkern finden. Oder herstellen. Also gut. Wartet auf mein Signal. Noch ist es nicht vorbei. Und bringt euch nicht selbst um, bevor ich es euch sage. Wo kriegen wir jetzt einen Protonenkern her? Zentralkammer. Wartungsbereich und Werkbank. Wie er schon gesagt hat. Vielleicht können wir einen herstellen. Schauen wir mal. Das wäre cool. Eine Konsole müsste es geben. Ja, schauen wir mal zur Werkbank. Ob ich einen Protonenkern herstellen kann. Objekte herstellen. Sieht nicht so aus, als ob das hier gehen würde. Schade. Die Idee war gut. Aber die Welt ist noch nicht bereit. Eine Konsole für den Raketenschacht finden. Eine Konsole für den Raketenschacht finden. Aktiviere. Aktiviere Startsequenz. Aktiviere Startsequenz. Überbrücke Notfallsequenz. Abmelden. Dieser Protonenkern kann problemlos entfernt werden. Cool. Haben wir. Wo gehört der hin? Ist jetzt noch die Frage. Shuttle. Shuttle. Shuttle zur Citadel Station. Bombenpunkt 1. Bombenpunkt 2. Ah, da wahrscheinlich. Da habe ich wahrscheinlich noch keine hingelegt. Dann machen wir das noch schnell. Warum hatten die eigentlich einen Kern, der explodiert ist? Ich dachte, wir hatten von Anfang an alle vier. Aber scheinbar nicht. Ja. Machen wir. Ach, ist der kein Pokémon oder warum muss der dauernd den Namen sagen? Wir verschwinden. Bis bald. Wir sind soweit, Mandalore. Los geht's, Mandalore. Mandalore setzt Donnershock ein. Moment mal. Gehe ich hier richtig? Ich gehe doch schon wieder zur Brücke. Mann. Ich hätte so gern Orientierungssinn. Hier sind die ganzen Türen zu. Was? Mir Onderon, meine Soldaten, meine Heimat zu nehmen. Nur, damit ich hier sterbe. Jetzt bin ich doch froh, dass wir hier nochmal hergekommen sind. Tobin? Was ist passiert? Er passierte. Der Hunger, der dieses Schiff erfüllt. Seine Macht. Aber sie verzehrt ohne Ende. Diese Macht, die wir auf Onderon spürten. Die Vaklu spürte. Das Echo war zu stark, um es zu ignorieren. Ähm, warum habt ihr euch mit den Sith verbündet? General Vaklu und ich, als wir erkannten, dass es schwer sein würde, Onderon zu erobern, wieder stark zu machen, kam er. Mit seiner Macht und seinen Soldaten schien es, als wären wir unbesiegbar. Die Königin konnte uns nicht aufhalten. Und ihr konntet ihn nicht aufhalten. Ich diente dem falschen Meister. Onderon ist ihm egal. Seine Soldaten, sein Volk. Alles existiert, um ihm zu dienen. Ich kam hierher auf dieses Totenschiff und nun lässt er mich nicht gehen. Das Schiff kommt mir bekannt vor. Das sage ich jetzt mal. Dieses Schiff ist der Friedhof eines schrecklichen Kampfes. Alles darin stirbt langsam, solange er hungert. Das ist das Schicksal allen Lebens, das ihm dient. In seinem Beisein endet alles Leben. Das Schiff kommt vom Malachor. Euer feiner Sith Lord vergrößert seine Flotte mit Schiffen aus dieser Welt. Er ist kaum mehr als ein gemeiner Räuber. Ich glaube, er wurde hier geboren. Wenn das stimmt, ist er stark. Stärker als ich dachte. Ich glaube, den Dialog hätte man führen sollen, bevor man ihn umbringt. Was will euer Meister eigentlich, Tobin? Der Meister leidet. Wenn er nicht essen kann, verzehrt ihn der Hunger. Der Planet Telos. Etwas auf der Oberfläche kann ihn nähren und noch eine Weile erhalten. Aber hier ist doch nichts. Telos ist eine fast tote Welt. Ihr wollt mich noch immer belügen? Mich täuscht ihr nicht mehr. Ich sagte ihm, was mir die alte Frau erzählte. Ich sprach von der Akademie. Von den Jedi. Ich hätte es nicht für mich behalten können, selbst wenn ich gewollt hätte. Welche alte Frau? Er meint die Jedi-Hexe, die euch begleitet. Kreia. Ja, die alte Frau auf Onderon. Sie sprach von der Jedi-Akademie auf Telos. Und mein Meister musste herkommen. Äh. Außer uns benutzt hier niemand die Macht. Dann bedeuten ihre Lügen die Zerstörung des Planeten. Er wird Telos zerstören. Er wird den Planeten wieder in Feuer verwandeln und zerschmettern. Er wird alles verschlingen. Alles töten. Wenn es hier keine Jedi gibt, kann mein Lord seinen Hunger nicht stillen. Er wird den Planeten zerstören. Die Station. Er wird jedes Leben auslöschen. Selbst wenn die Leute hier nicht mit der Macht verbunden sind. An der Zerstörung der Station kann er sich nähren. Am Leben des Planeten. Es wird ihn eine Weile stärken. Und selbst wenn dort unten keine Jedi sind. Er hat keine andere Wahl. Stellen wir uns vor, das ist eine Rückblende. Den Dialog haben wir geführt, bevor wir ihn umgebracht haben. Und wenn wir ihm Telos verweigern? Dann wird er leiden. Ich weiß nicht, was passiert, wenn er keine Stärkung findet. Kreia wird es wissen. Sie hat ihn angezogen. Wenn sie eurem Herrn Telos zugespielt hat, wollte sie vielleicht, dass er herkommt und nichts findet. Er wird nichts erschaffen. Er wird diesen Ort vernichten. Die alte Frau hat den Planeten getötet und mit ihm unzählige andere Welten, die von ihm abhängig sind. Selbst wenn ihr wolltet, könntet ihr ihn nicht aufhalten. Es gibt kein Entkommen. Wenn die Macht in euch ist, nährt er sich davon, wenn die Citadel Station stirbt. Eure Zeit. Euer Leben. Endet hier. Ich bin hier, um euren Meister zu töten. Helft mir oder gebt mir aus dem Weg. Wir können nur abwarten. Wenn ihr zu ihm geht, vernichtet er euch. Und eure letzten Momente werden voll Schatten sein. Und voller Schmerz. Wenn ihr Onderon retten wollt, hört mir zu, Verräter. Sobald er Telos zerstört hat, steht Onderon ganz oben auf der Liste. Onderon. Aber das muss nicht mehr sein. Er hat Onderon berührt. Und er wird wiederkommen. Ihr habt recht. Solange er existiert, ist Onderon in Gefahr. Die Galaxis ist in Gefahr. Was soll ich tun? Ah, wir brauchen jemanden, der die Protonenkerne auf diesem Schiff zur rechten Zeit zündet. Ich verlange von ihm, dass er sich jetzt quasi umbringt. Okay. Meldet euch im Zielgebiet, Kammel. Ich lasse meine Männer wissen, dass ihr kommt. Und wenn ihr Dummheiten macht, erschießen sie euch. Ich werde tun, was ihr verlangt. Für Onderon. Für Onderon. In die Augen. Wir sollten unsere Zeit nicht mit den Schwachen vergeuden. Mit den Schwachen. Das hat Mandalore nicht gefallen, dass wir mit dem Kerl geredet haben oder wie. Komisch. Ich habe gerade einen Feind zu unserer Seite bekehrt. Und der findet das schlecht. Das ist meine verdammte Machtpower. Wahrscheinlich kann sich der mir auch nicht entziehen. Deswegen hilft er mir. Nichts für Onderon. Das Spiel ist genial. Diese Idee ist genial. Diese Idee ist genial. Das kann Obsidian einfach. Spielmechaniken in Storys zu verpacken. Und genau das ist das. Diese Spielmechanik, dass ich verbündete um mich, Scharre und so. Dann zu einem wichtigen Story-Element zu machen. Finde ich genial einfach. Möchtet ihr gehen? Jo! Von der Revenger fliehen. Jetzt fliegen wir einfach für keine Dialoge mehr. Kein General, der sagt, gut gemacht. Wir haben die Sache unter Kontrolle. Nö. Wir fliegen jetzt einfach. Und ich weiß nicht mal genau, wohin. Ihr Leben verlieren, wie ich meine Familie auf Malachor 5 verloren habe. Ah. Nach Malachor 5. Und alle Jedi, die Reven folgten, die wahren Jedi, starben auf Malachor 5. Malachor 5. Wir müssen jetzt gehen, Meister. An den dunklen Ort, der euch erschuf. Wo ihr euer Schiff bekamt. Eure Truppen. Euer Schiff. Mein Gefängnis. Das ihr der Schwerkraft von Malachor 5 entrissen habt. Wünschte, ich hätte sie nie getroffen. Wäre dort gestorben. Dass die Stürme mich auf Malachor 5 getrieben hätten. Wir werden nicht überrechnen. Wir werden nicht sterben. Wie wir auf Malachor 5 hatten. Das Echo eures Befehls ist noch immer zu hören, General. Und ich werde gehorchen, wie damals auf Malachor 5. Sagt, das ist der Schiffreaktor. Nun kommt Malachor 5 zu uns. Und ich werde mich ihm stellen. Ein letztes Mal. Ihr wisst, wohin ihr gehen müsst. Es ruft euch noch immer. Es ist der Herzschlag der Vergangenheit. Und sie muss aufgehalten werden. Jetzt. Sonst trägt sie die Schreie von Malachor 5 in diese Galaxis. Wie wir das Echo hierher trugen. Und sie muss aufgehalten werden. Okay. Sie hat sich in Schale geworfen. Sterben die jetzt schon allein durch ihre Gegenwart, weil sie so mächtig ist? Es ist lange her. Es war töricht, von euch zurückzukehren. Ich habe euch einmal verschont. Aber das werde ich nicht noch einmal. Mich verschont? Ach ja? Nein, du hast die Lektion nicht gelernt, die ich dir beibringen wollte. Dass deine Stärke so bedeutungslos ist, wie die Stärke meiner Hand. Warum seid ihr zurückgekehrt? Weil ich nun alles verstehe, was die Verbannte getan hat. Es gibt viel zu tun. Ich glaube, die Erbenhauke ist im Arsch. Gut gemacht. Gut gemacht, Pilotenkerl. Meisterin, sie ist hier. Ich weiß. Was gebietet ihr Meisterin? Du wirst nichts unternehmen. Führe sie zu mir, wenn sie eintrifft. Und wenn sie Malakur nicht überlebt? Wie rührend. Trägst du in dieser Hülle tatsächlich noch Gefühle mit dir herum? Meisterin, was habt ihr mit dir vor? Du weißt, was ich tun werde. Du, der du meine Lehren so sehr liebst. Ich werde sie brechen. Sie ist eine leere Tafel, auf die ich meine Lehren schreiben werde. Aber das weißt du bereits. Gehe jetzt. Warte auf die Verbannte. Bringen sie zu mir, wenn sie eintrifft. Ich bin eingetroffen. Wo ist meine Eskorte? Warum muss ich alleine gehen? Sind alle anderen tot? Lebt auf dem Schiff noch wer? Sollte ich mal speichern? Fragen über Fragen. Beschädigte Konsole. Antriebskern beschädigt. Minimale Leistung abmelden. Leiche. Duellierschild. Die legen mir hier kein Duellierschild hin, wenn ich mich nicht bald duellieren muss. Befürchte ich. Oh, hier lebt irgendwas. Sturmbästien. Seltsame Reptiloiden-Echsen-Menschen. Oh. 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 einige. Oh oh. Ich hoffe, das geht gut. Oh oh. Warte mal, das sind echt viele. Die sind echt stark. Die sind echt stark. Oh shit, ich hasse es. Okay, ich habe keine Chance gegen die. Ich schaffe die nicht zu dritt. Warum lebt hier noch irgendwas auf dem Planeten? Ich glaube, ich laufe hier einfach durch mal. Sackgasse. Oh oh. Keine gute Idee. Keine gute Idee. Ein Lichtstrahl der Hoffnung. Hilfe. Ich werde verfolgt. Oh, ich bin außerdem vergiftet. Oh nein. Und ich kriege immer noch Schaden von irgendwas. Ich glaube, die verfolgen mich noch. Ich habe aufgehört, mich zu verfolgen. Okay, gut. Ich finde, das haben wir gut gelöst. Ich weiß nicht, wie ich den Endkampf schaffen soll, wenn ich nicht mal mit diesen kleinen Reptilien hier fertig werde. Aber darum werden wir uns kümmern, wenn es soweit ist. Ah ja, komm. Mit einem werden wir fertig. Ich will nämlich die Leiche durchsuchen. Wirklich ein bisschen, was die bei sich hat. Oh, habe ich nicht eigentlich gesagt, dass du erstmal den machen sollst? Genau. Genau. Jetzt haben wir keinen Stress. Finish him. Flawless Victory. Nee, stimmt leider nicht. War nicht sehr flawless. Pretty much flawed Victory. Hey, da oben ist ja. Die sieht aber hier wesentlich besser aus, als in der Render-Cutscene. Die hatten anscheinend keinen Bock, ein neues Low-Poly-Modell von dem Ding zu machen. Ist okay. Ist okay. Ist nicht so wichtig. Gehen wir weiter. Ich speichere mal schnell alle zwei Schritte oder so. Sondern jetzt vorsichtig. Das Licht aus dem Boden vergiftet. Oh. Doch. Das zu finden, was besser nicht gefunden werden sollte. Dadurch kann ich sie auch nur schwer erspüren. Doch es gibt Wesen, die dazu geschaffen sind. Soll ich die Kille auf sie ansetzen? Nein, ich habe eine Bestie nach Malakur gebracht, die sich um sie kündigt. Der Wookie. Wir werden sehen, ob der Gejagte zum Jäger werden kann. Ich habe schon die ganze Zeit... Ich habe schon die ganze Zeit mich gefragt, was dieser Dialog mit dem Wookie war und ob der noch mal vorkommt. Und ich habe schon nicht mehr daran geglaubt, ehrlich gesagt. Was für eine Überraschung. Noch so ein galaktisches Paradies. Warum fliegen wir nicht einfach nach Alderaan oder Itor? Oder irgendwo hin, wo es kein Metall, keine spitzen Felsen und keine blutrünstigen Tiere gibt. Okay. Die Jägerin. Ach komm schon, Spiel. Ich habe doch so einen großen Bogen rumgemacht. Hier kommen wir nicht weiter. Oh oh, Echsenperson. Cool. In die Augen. Und einer noch. Ey. Boxt er uns einfach. Boxt er uns einfach. Das sieht wichtig und richtig aus. Liebenskit. Beschädigte Konsole. Abmelden. So wichtig sieht es plötzlich doch nicht aus. Ich glaube, das ist eine Sackgasse. Tja. Schade. Ich dächte schon. Ich dächte schon. Ich dächte schon. Wir wären richtig. Falschgedächt. Ist er alleine? Sieht so aus. Na, los. Attacke. Trau dich. Los geht's. Geronimo. Na, los. Na, los. Cool. Jetzt aber. Na, komm. Oh, wow. Okay, dafür war das jetzt aber ein kritischer Superschlag. Ach, durch die Giftfalle ist er wurscht. Oh, wow. Hat uns nicht mal getroffen. Und jetzt dringen wir noch tiefer vor. Merkt sie nicht, dass sie erstens eine unsichtbare Waffe trägt. Und zweitens, genau. Das kann doch nicht wahr sein. Han. Aber was ist denn mit der Lebensschuld? Bestimmt hat sie ungefähr 50 Level, die wir hochleveln können. 18. Von, nee, Quatsch. Aber von 18 bis 25, also 7. Krass. Soll ich versuchen zu kämpfen? Ich werde auf jeden Fall mal speichern. Oh? Cloudspeicher? Nee. Cloudspeicher ist nicht notwendig. Oder will ich... Vielleicht wollen wir gar nicht gegen ihn kämpfen. Laufen wir. Nein, das ist ungünstig. Gesperrt. Ich versuche trotzdem zu laufen. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass er überlebt und wir doch noch Freunde werden. Mich würde interessieren, was zwischen den beiden genau vorgefallen ist. Aber da geht das Spiel gar nicht so drauf ein, ne? Irgendwie hat er eine Lebensschuld bei uns und hasst uns dafür. Aber wir können doch nichts dafür. So wie es aussieht... Gibt es hier gar keinen Ausgang aus dieser Arena. Dann war das... Eine falsche Option, quasi. Schnellfeuer ohne Ende. Neuer Plan. Starke Splitterbombe legen. Lassen wir das einfach hier. Lassen wir das einfach hier. Brauche ich eh nie wieder die Dinger. Lassen wir das einfach hier. Okay. Ich glaube, es hilft nichts. Ich glaube, wir müssen einfach kämpfen gegen ihn. Was ich versuchen könnte, ist in den Nahkampf zu gehen. Wenn schon. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das was bringt. Und ich weiß nicht, wenn man die Waffen wechselt. Tabulator. Hier vielleicht. Ah ja, warte. Das sieht richtig aus sogar. So, warte mal. Wie wärst du mal mit einem Energieschild? Wobei hilft dein Energieschild in dem Fall überhaupt? Es kann nicht schaden. Das sieht nicht so aus, als hätte der Wookie einen Nadelstreifen-Hosen-Anzug an. Also so eine Nadelstreifen-Hose sehe ich immer. Wenn ich nicht genau hinsehe. Wenn ich so im Augenwinkel sehe. Weil die Fellmusterung in so Linien nach unten läuft. Ich find's lustig. Oh, wir haben hier meisterhafte Unruhe. Die könnten wir auch mal versuchen. Vielleicht haut die besser rein. ... Jetzt ist aber dann Schluss mit Erste-Hilfe-Kids. Jetzt mach ihn fertig. Na komm. Einer noch. Vielleicht noch zwei. Ja. Ihr müsst das nicht tun. Ihr habt keine Lebensschuld bei mir. Ich gebe euch frei. Also dient dir jetzt Kraya? Und das Herz seines Sklaven? Bringt mich zu Kraya, Hannah. Wenn sie so mächtig ist, wie ihr sagt, wird sie mich zerstören und ihr werdet frei sein. Kraya? Dann geht vor, Hannah. Speichern. Okay. Noch mehr Echsen-Heinis. Oh, ich hab da doch einen erwischt, du gemeine Falle hier. Oh Gott, das ist ja wirklich gemein hier. Das ist aber nicht gut. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder so eine Situation. Es reicht. Nee, wir kommen hier nicht raus. Ich kann nicht gegen drei von denen gleichzeitig kämpfen. Das ist lächerlich. Das geht leider einfach nicht. Da sind wir nicht stark genug. Sackgasse. Oh shit. Oh shit. Voll in die Sackgasse voller Monster gelaufen. Ich bin so gut wie tot. Zum Glück hab ich grad noch gespeichert. Mist, da müssten wir hin. Warte mal. Verfolgt mich grad echt nur einer? Ja, den schaffen wir. Warum, warum kann ich denn den nicht betäuben, Mensch? Das gibt's doch nicht. Sei nicht so robust, Mann. Na, also. Den schaffen wir. Tada. Boom. So, da müssen wir hin. Müssen wir irgendwie einen Weg finden. Finden wir schon irgendwie. So, Leute. Gut, aber dann würde ich jetzt echt sagen, dass wir jetzt nochmal für heute Schluss machen. Und nächste Woche bringen wir es dann zu Ende. Nächste Woche ist dann das große Finale. Ganz sicher. Nächste Woche bringen wir es zu Ende. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Ich möchte noifies. Vielen Dank.